Heute sind die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekannt gegeben worden in Hollywood. Die Oscars werden ja in der Nacht vom 4. auf den 5. März vergeben. Und als bester Film sind nominiert worden Dunkirk, der letztes Jahr schon im Kino zu sehen war, auch in Deutschland. The Post, mit dem deutschen Titel Die Verlegerin, der läuft Ende Februar an. Dann Call Me By Your Name, Lady Bird, The Phantom Threat, der läuft auch im Februar an. Das ist der letzte Film, in dem Daniel Day-Lewis zu sehen ist. Und aber auch Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Heute erhalten wir ein neues Objekt hier im T4. Das sensibelste Objekt, das wir bis dato in dieser Einrichtung hatten. Ja, erst einmal, Shape of Water war auch wohl eines der größten Überraschungen jetzt bei den Oscars. Es ist insgesamt in 13 Kategorien nominiert. Das ist in der Geschichte der Oscars insgesamt erst 10 Mal vorgekommen. Und es geht um die stumme Elisa, die in einem amerikanischen Hochsicherheitslabor putzt, wo sie dann aus Versehen auf ein geheimes Experiment stößt, in dem es um ein mysteriöses Fischwesen geht, mit dem sie sich anfreundet. Also eine ziemlich außergewöhnliche Story, würde ich mal sagen. Fantasy-Story. Ja. Und Sally Hawkins hat ja auch noch andere Chancen bei den Oscars. Sally Hawkins ist außerdem auch als beste Hauptdarstellerin nominiert, zu Recht, weil es ist meiner Meinung nach eine Rolle, die ihr wirklich auf den Leib geschrieben ist. Und sie hat jetzt gerade auch so einen Lauf hinter sich, würde ich sagen, weil sie im letzten Jahr unter anderem auch die Hauptrolle in dem Film Modi gespielt hat, wo sie eine an Arthritis leidende Künstlerin gespielt hat, die ganz erfolgreich ist, obwohl niemand an sie glaubt nach einer wahren Geschichte und da wirklich schon ganz wunderbar war. Also du würdest dich freuen, wenn Sally Hawkins den Oscar als beste Hauptdarsteller bekommen würde? Ich fände, sie hätte es auf jeden Fall verdient. Ich meine, die Konkurrenz ist groß. Meryl Streep ist unter anderem auch nominiert, aber die hat schon drei Oscars. Nominiert ist auch Frances McDormand, die in dem ganz wunderbaren Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mitspielt. Ein sehr langer Titel für einen auch langen Film. Warum diese Billboards? Meine Tochter Angela wurde vor sieben Monaten ermordet. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt, Schwarze zu foltern, als echte Verbrechen aufzuklären. Der, der aber überhaupt nie langweilig wird, läuft diese Woche in den deutschen Kinos an. Eine sehr schwarzhumorige Geschichte um eine Mutter, die drei alte Werbetafeln mietet, Three Billboards, die sich bei Ebbing, Missouri befinden und darauf hinweist, dass ihre Tochter, die vor sieben Monaten vergewaltigt und getötet wurde, dass da immer noch keine Täter gefunden wurden. Und daraus entspinnt sich ein kleiner Kampf in der Stadt mit der Polizei und anderen Anwohnern. Und Frances McDormand spielt das wirklich ganz toll. Ein bisschen John Wayne-artig und mal verletzlich, mal unglaublich wütend. Überhaupt spielt Wut in diesem Film eine ganz große Rolle. Und der Film, der bei den Golden Globes schon sehr viel abgeräumt hat und auch bei den Critics Awards, hätte es auch extrem verdient und ebenso auch Frances McDormand. Ein anderer Film, der auch noch nominiert ist, ist Darkest Hour, zu Deutsch, Die dunkelste Stunde. Die Deutschen haben 60 britische und französische Divisionen angekesselt. Der Untergang Westeuropas steht kurz bevor. Genau, ich denke mal die meisten sind um den Film bisher auch gar nicht drum herum gekommen. Man hört überall davon. Und Gary Oldman spielt Winston Churchill im Jahr 1940 und ist einfach ganz, ganz großartig. Also der Film verbindet einfach geschichtliche Fakten mit filmischer Dramaturgie. Wir müssen Friedensverhandlungen führen. Manche lernen es wohl nie. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden. Mit dem Kopf in seinem Maul. Und ist von der ersten bis zur letzten Minute unfassbar spannend. Und Gary Oldman ist einfach grandios. Obwohl er sonst eigentlich immer eher so den Bösewicht spielt, ist er hier wirklich ein charmanter Churchill mit allen Facetten, der mal ausrastet und dann wieder unglaublich liebenswert ist. Also ich glaube, da muss ich wirklich die Konkurrenz für den besten Hauptdarsteller sehr warm anziehen. Und wahrscheinlich auch die Konkurrenz für die beste Maske, würde ich mal vermuten. Das auf jeden Fall. Gary Oldman sieht ja sonst ganz anders aus. Ja, damit hätten wir auch schon relativ viel abgefrühstückt von den Filmen. Die große Überraschung war vielleicht auch und eine etwas schmerzliche Überraschung, dass Aus dem Nichts von Fatih Akin, unserem Hamburger Regisseur, leider keine Nominierung für einen Auslands-Oscar erhält. Er war ja in der Vorauswahl mit neun möglichen Kandidaten, aber jetzt die letzten fünf, da ist er leider nicht drunter. Schade, aber es gibt trotzdem zwei Deutsche, die sich Hoffnung machen können. Und das sind zum einen Jakob Schuh und Jan Lachauer, die in der Kategorie Animierter Kurzfilm nominiert sind mit ihrem Film Revolting Rhymes, in dem es um bekannte Märchenfiguren geht, die eigentlich nicht zusammengehören, aber im Film zusammentreffen. Was man zum Schluss vielleicht noch erwähnen könnte, ist auch immer sehr beliebt, den Oscar für die beste Filmmusik. Da sind nominiert unter anderem auch ein Deutscher, Hans Zimmer, der schon ganz viele Oscars bekommen hat und noch mehr Nominierungen für seine Musik zu Dunkirk, der ja auch als bester Film im Rennen ist, und der großartige John Williams einmal mehr für Star Wars, die letzten Jedi. Ja, wir haben unsere Favoriten, aber es bleibt nach wie vor spannend und wir hoffen einfach auf eine spannende Oscar-Nacht mit Überraschungen, vielleicht weniger Pannen als im letzten Jahr und viel Spaß dabei.